Willkommen zurück zu Samus Arans Storys über das Mittagessen. Heute war ein guter Tag zum Mittagessen. Du musst hier auf jeden Fall nach rechts sitzen. Gibt keinen anderen Weg heute. Ja, ich war schon noch drin, deswegen ist der pink. So. Der Boden kann so. Das ist echt fies. Wenn du nämlich hier hinkommst und du machst den Boden kaputt, dann hast du kaum mehr eine Chance zu überleben mit der Hitze. Das stimmt, ja. Achso, da kann ich... Wow. Die Regner halten jetzt immer mehr aus. Das ist echt übel. Naja, klar. Sehr logisch, ne? Sonst wäre es sehr langweilig. Ja. Ich wünsche mir halt eigentlich, dass man wieder so ein Metroid geben wird. In dem Stil von 2D halt. Ja, das... Vielleicht sind sie sogar dran. Das vermutet man, ja. Vielleicht sparen sie sich das... Ach, Kacke! Ich hasse das. Vielleicht sparen sie sich das für die NX auf, oder was? Vielleicht machen sie auch einen auf Sega. Da würde ich nicht hin, das ist pure Lava. Ja, ja. Also vielleicht machen sie auch einen auf Sega und machen... Für den 3DS. Ja, aber ich meine, sie machen einen auf Sega und produzieren einen 2D-Metroid plus ein... Du brauchst da nicht runtergehen. Ähm, plus ein 3D-Metroid. Es wäre halt einfach cool, wenn wir eine Vorteil zu Metroid Prime hätten. Oder sogar zu Metroid A&M. Aber, naja. Naja, aber... Nintendo ist ja gerade so auf dem Trip. Nintendo ist sehr auf Secret. Mit Zelda auch. Ja, aber hast du nicht mitbekommen, Metroid ist auch dieses Jahr 30 geworden. Du kannst doch da unten hin, ist doch okay. Ja, aber ich brauche 5 Raketen. Du brauchst keine 5 Raketen, du brauchst eine. Ach stimmt, das sind ja die... Ah, genau. Grün ist ja... Übermissal. Ja, also... Ja, aber... Ich meine, Metroid hat auch so ein 30-Jähriges. Deswegen würde das eigentlich ganz gut passen, wenn sie das mal wieder machen würden. Okay, ähm... So, hier die Lava geht nicht höher als dieser Bereich da, aber du musst trotzdem auch den Dingern dann jonglieren quasi. Also dich balancieren. Lass sie gehen, dann kannst du das eh nicht machen. Du merkst, du bist ziemlich ohnmächtig in diesem Spiel. Ich liebe das. Ich liebe so... Ja. Halten, halten. Jetzt genau. So. Du kannst nichts machen, Mann. Das geht nicht. Die erleben keinen Schaden. Die reagieren ja, wenn sie Schaden bekommen. Die sind so aufgelinkt. So wie du, wenn du Schaden bekommst. Ich würde gar nicht mit diesem Jump anfangen. Ich... Okay, ich erkläre es dir kurz mit dem Jump, ja. Dieser Jump kommt, wenn du eine Bewegungstaste gedrückt hast, bevor du springen drückst. Wenn du erst springen drückst und dann eine Bewegungstaste, dann hast du den High Jump. Na ja. So, siehst du da oben deine Energieleiste? Eine davon ist leer. Ach, das reicht jetzt nicht, aber das ist echt schwer zu erkennen. Also man erkennt es schon, aber... Ich habe es eben direkt nicht gesehen. Ich würde es einfach schwarz gemacht. Oder ganz dunkel. Ja, ich... Oh 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 die Stelle. Da kannst du gleich speichern. Mit nem Walljump kommst du da hoch, aber... Mit nem Walljump, ja. Immer dieser blöde Walljump. Nö, werde ich nicht. So, dein Ziel ist es, jetzt gleich einmal raus und dann wieder rein, damit du nicht bei jeder Bewegung, ne ganz raus, jetzt müsstest du ja bei jeder Bewegung... Ich wollte speichern. Ja, pass auf jetzt, jetzt wieder, nein. Das haben sie gemacht, damit du nicht auszusehen immer wieder durch rennst und das speichern musst. Ja. Okay. Dein Gesichtsausdruck sagt... What? What the ****? I'm a computer. I'm a computery guy. Nein. Okay. I can count to 50. In the blink of a nine. Super da, ja. Ah. Aha. Aha. Tja, Sepper, aber theoretisch musst du nach oben rechts. Ah, ne, ne, ist okay. Geh richtig. Du kommst jetzt später da durch die Tür. Oben rechts hier oder was. So, welcher war der richtige Weg? Ich glaub der hier, ja. Okay. War doch ein Item, ne? Ja, da kommst du ja auch noch hin. Gut, du bist der Gesperrte. Hm, what's this? What's this? What's this? It's carved everywhere. Ah, das ist zum Energieaufladen. Ja, komm, jetzt sind wir drei Gegner raus. Geh ein bisschen näher dann. Ja. Dreifach schnelle Aufladung. Na gut. Sehr gut. Oh, das wird ja super am Sals. Voll. Immerhin, immerhin. Okay, gut. Okay, was ist dein Lieblings-Lady-Gaga-Song? Ich hasse Daddy-Gaga. Ja, das ist nicht die Frage auf meine Antwort. Ähm. Es ist nicht aufgefallen. Painted black. Es ist nicht aufgefallen, was du gesagt hast. Es ist nicht die Frage auf meine Antwort. Stimmt. Was ist das denn? Was ist das denn? Töten. Oh, eine neue Lebensform. Töten. Es hat keine Existenzberechtigung. Ja. Nicht in meiner Welt. Okay, geh nach links, geh nach links, geh nach links, geh nach links. Wieder raus. Geh mal den Weg runter erstmal, bevor du hier rein gehst. Die Lava steigt nämlich die ganze Zeit an. Ah, okay. Glaube ich jedenfalls so. Einfach mal abchecken, dass hier so ein Item ist. So. Oh, offensichtlich ist da was. Oh no! Hast du das nicht gesehen? Okay, hier kommt es auch noch nicht hin. Ich wollte nur mal checken. Ach, die ist gelb. Eben sah sie noch grün aus. Aber ich bin ja ein bisschen farbebildend. Ja, ist mir aufgefallen. Pink und grau. Gelb ist Boomerang oder was? Oder? Nee. Keine Ahnung, was da noch kommt. Ja. Gelb ist Vitamin C. Vitamin C. Okay. Sehr gesund. Oh god. Oh shit. Oh shit. Morphball. Hoch mit dir. Hoch. Oh god, der Bildschirm sieht ganz komisch aus gerade. Auf der rechten Seite. Okay. Dankeschön. Die Lava wird weiter ansteigen. Dankeschön. 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 Ja. 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 Jetzt musst du gleich wieder hoch. Aufstehen. Dann da rüber. Okay. Okay. Oh god. Warum müssen sich diese Sachen eigentlich bewegen? So ganz penetrant. Ja. Dankeschön. Oh, herrlich. Wer hat das gebaut? Herrlich. Herrlich. Oh, ich bin im Himmel. Okay. Der hat sich mir gedacht, du musst es genau so bauen. Ich wusste es genau so. Das ist nur für mich. Das ist alles nur für mich gemacht. Das ist alles für mich Design. Ich weiß nicht, was die machen müssten. Alles mit Waldhop. Ah. Ah. Das ist inkompetent. Hm. Ah. Hast du das gespürt? Das hat gut getan. Aufstehen. Aufstehen. Okay. Gut. So, du bist gleich wieder da. Herrlich. Jetzt musst du ein paar Dinger hoch noch. Aufpassen. Da komm ich. Ja. Björn raus. Björn ist meine Pflanze. Björn. Ist meine Pflanze. Björn. 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 Machst du einen auf Behinder, Björn. Björn. Gehst du mal da rechts hin? Gehst du mal da rechts hin? Kannst du mal deinen Scheißjob erledigen? Du dummer Spaten. Jetzt kannst du mir gleich wieder zurückgehen. Ist nämlich nichts. Das werden wir rausfinden. Da kannst du einfach durch. Das ist ein Hintergrund. Okay. Da kommst du erst später hoch. Ich verarsche mich nur. Ich liebe es fast. F***er. Hm. Das Spiel ist noch ein bisschen zu kurz. Lass es uns verleggen. Ja, ja. Hier ist das Ende. Nein, doch nicht. What the f***. Und so begann der Zweite Weltkrieg. Ja. Hm. Okay. Gut. Wer denkst du, er würde gewinnen? What a waste of time. Du meinst im Dritten Weltkrieg jetzt? Äh, nein, nein, nein. Wer denkst du, er würde gewinnen? Ähm, wenn die Spartaner. Spartaner. Aus 300. Spartaner. Ja, wenn die Spartaner. Na, obwohl, warte, sie würden definitiv verlieren. Aber sie würden mit Ehre verlieren. Warte mal. Warte mal. Lass mich mal ausreden, ja. Wenn die Spartaner ertreten würden. Gegen die Aliens. Gegen die Aliens. Gegen welche Aliens? Was? Wir müssen, wir müssen uns festlegen, gegen welche, ne? Was ist das? Gegen die Aliens aus dem Mars-Attacks. Oh. Sie würden definitiv verlieren. Aber wie gesagt, sie würden mit Ehre verlieren. Das spricht ja nicht so. Obwohl, da ist ein Item dazwischen. Aber vergiss das, brauchst du nicht. Mach das später. Wenn du irgendwann die Attacken hast, mit der du da live. Ach, das ist der, ah. Das ist hier der Raum, wo ich eben war. Okay. Ja, genau. Was ist da? Ein Item? Ja, da ist ein Missile-Pack. Und dahinter ist noch ein Item, was du aber später gebrauchen könntest. Aber da kommst du erst hin, wenn du noch ein anderes Item hast. Also du kommst, du kannst den ganzen Raum erst abschließen, wenn du noch weiter gespielt hast. Okay, na gut. Okay, die Dinger machen massiv Schaden. Was zum Teufel? Wo ist meine Energie hin? Ich weiß. Ihr Sch***er. Entschuldigung, wie bin ich? Okay, pass auf. Mach mal einen Safe-Point. Gleich kommt eine coole Stelle. Das wird dir gefallen. Also das sagst du schon die ganze Zeit. Ich hab bis jetzt noch keine coole Stelle gefunden. Ja, als ob. Dir gefällt das Spiel doch. Ich weiß das. Nach rechts. Ich sag noch nicht, ich weiß davon, heute. Okay. Bam. Mhm. Du musst mir eine ganze Energie hin. Du kannst, du kannst diagonal schießen. Ich schieße nicht mehr diagonal. Wir haben festgestellt, dass dieser Diagonalknopf für ein Arsch ist. Das ist die Definition von für ein Arsch. Mhm. Ja, das ist jetzt. Da kannst du echt ganz gut aufladen. Okay, dann sehen wir uns morgen. Ja, wenn ich wieder aufgeladen bin. Bis morgen.